Guten Tag Oak. Laut italienischer Presse soll El Gero Elia zu Juventus Turin wechseln. Dies wird seitens des HSV und seitens seines Managers dementiert. Es ist auch derzeit eher unwahrscheinlich, dass El Gero Elia wechselt. Zweitens. Beim Saisonauftakt BVB gegen den HSV musste Paolo Guerrero, der Torschützenkönig der Copa America, verletzungsbedingt in der 42. Minute ausgewechselt werden. Grund der Auswechslung ist der Verdacht eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Über weitere Erkenntnisse in dieser Sache werde ich informieren. In diesem Sinne nur der HSV und gute Besserung an Herrn Guerrero.